Hallo, ihr Bauwürdigen Greckschweine, ihr geilen Böcke. Ich bin sinnlos am Bauen, aber nicht so ganz sinnlos, wie man meinen mag. Denn, äh, hier, was braucht? Ich bin hier am Erweitern und am Bauen. Ich habe hier oben jetzt gerade mal so das erste Gebiet getackert. Und, lasse mich überraschen, ein Millimeter mehr bräuchte Luft, damit ich alles abdicke. Und lasse mich überraschen, was jetzt hierbei rauskommt. Hier mache ich jetzt wirklich alles Gewerbegebiet. Und dazu zählt auch einmal Strom. Das kommt nämlich da oben ran, genau. So, jetzt kommt hier Industrie. Und ich weiß, dass die Leute eh nicht kommen werden, weil, äh, so weit weg. Also, wir werden definitiv Leute fehlen, das weiß ich. Aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht mögen sie ja rüberkommen. Oder können. Hoch. Zum Beispiel von da einfach. Guck mal, die erste Firma steht schon. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller hier. Mach ich da mal ein kleines Wohngebiet noch rein? Irgendwoher müssen die Arbeiter ja kommen, oder? Mal erst mal die Autobahn aufpimpen hier überall. Weniger Lärmbelästigung. Unsere Stadt muss schöner werden. Unvergessen aus. Pulli-Parade. Traumschiff-Surprise. Hätten wir dann auch nicht, ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wups, 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 wups. Weißt du, warum ich die Zeit so vorstelle? Weil das Geld, was ich hier rausflack, hätte ich in normaler Zeit noch lange nicht in der Hand. Alter. Ist ja nicht so, dass es aufwendig ist. Oh. Es hat niemand gesagt, dass es leicht wird. Leute. So. Wenn da irgendwo Löcher sind, ich kann nichts dafür. Genau, hier fehlen jetzt Menschen. Das war ja nun schon zu erwarten. Das ist nichts Neues. Selbst per se. Deswegen möchte ich auch unauffällig ein bisschen abseits es lehmes. Oh, sorry, ich kann ihn nicht mit dem Baum. Hm. So. Ja, die auch, ja, gleich alles haben. Ich sehe die doch schon wieder rumheulen. Siehst du, wir haben kein Wasser. Wir haben kein Strom. Ich bin nur am Rüllen, die Menschen. Wieso haben die keinen Strom? Sollten sie sich einfach mal erweitern, dann haben sie auch Strom. Hier, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt haben sie Strom, ganz sehr Dank. Wir haben Strom, die sind doch verbunden da drüben. Da. Da. Geht doch. Dann machen wir nämlich nochmal einen kleinen Fahrtweg zur Arbeit. Und nur von da nach da. So. Müllabfuhr, da kommen sie also auch hin. Okay. Die mir unten fehlt Strom. Oh. Nee, doch nicht mehr. Okay. Dann können wir euch mal wieder meine Probleme hören. Ich meine, es riecht so schön, aber hier brennt immer mal wieder was ab. Immer mal wieder was kaputt. Ups. Was ist denn hier? Ich habe gar nicht gesehen. Der Verkehr regelt sich langsam. Der ist da. Absolut kacke. Den könnte ich wegnehmen hier sowieso so wenig los, dann könnten die. Wobei, nee. Oh, joh. Schön ist doch was anderes. Was ist denn da los? Hä? Halt. Jetzt baut er das in die falsche Richtung. So. Ach, bin ich doof? Da hab ich doch eine Abfahrt für. Egal. Hier läuft's. Da hätten Stau zu essen müssen. Ja, es muss es geben. Ohne Stau. Nee. Kann ich einfach nicht. Ich kann nicht mehr ohne Stau. Egal. Alter, die Gebäude. Das ist riesig. Ehrlich. Ist geil. Ist geil. Die sind krank. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Toll. Die haben... Oh. Jo. Da hat er keine Arbeiter. Kann er jetzt nicht nachvollziehen. Doch. Da hat er keine Arbeiter. Dann passt mal auf. Dann gehen wir mal hier voll ganz. Unsere Stadt muss schöner werden. Ist das Motto. Und... So geht's auch schon los. Wer möchte denn nicht da wohnen? Guck mal, wie hübsch das so geworden ist. Für den Moment. Fürchte ich nur. Was brauchen die Ungebildete? Hier. Da sind auch gar nicht mehr Traumländer da. Ja. Ihr wisst ja, was dann kommt, ne? Ja. Schu. Schu. Da hat es vier Blöcke. Dann läuft das auch schon wie gemacht hier. Wie geschnitten Brot. Läuft der ganze Quatsch. Ein bisschen noch, ne? Jetzt muss ich erst alles entwickeln hier oben. Guck aber, wie der Verkehr ist hier schon, nicht ohne. Ohne. Boah, das ist belegt. Äh. Na, es geht ja schon los. Es kommen gleich wieder hin. So, ne Feuerwache haben sie jetzt auch. Polizei haben sie. Feuerwache haben sie. Kranken haben sie. Im Grunde haben sie eigentlich. Lügelung. Ja. Kann man machen. So, 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 so. Mein Name, ich will Strom. Dieses Strom, ist ja da voll abruft Strom. Okay. Noch. Ich baue mich einfach dumm und dämlich. aber ich mache es aus spaß es gibt so viele schöne projekte die ich selbst schon wieder wo ich selbst bock drauf hätte ach ich baue einfach vor mich ich möchte auch nicht schön und ich habe nämlich schon eine straße diese von oben dann hier einfach kings play ist also eine straße richtig straßen ging es mir da brauche ich platz es wird mehr verkehr wir wollen alle in diese richtung ja da unten die brücke ist auch so geil voll in wasser wenn das der ding jetzt hoch steigt ich bauche eine scheiße ich möchte ziemlich verknüpfen hat er löppt jetzt gucken wir mal wie das angenommen wird woher wäre auto als erstes na toll super eingeweiht das war nicht in der sache halte was ist hier für ein stauch und das ist immer so neue gebiete gehen übelst ab ich mir denke wie wir angefangen haben das ist gar kein vergleich null das ist nichts chemisch sucht ja so so was hier получится auch die bom das ist ja alles hoch es ging nicht ja Ich krieg nur ne Lösung hin. So. Lösung. Wie ist es geklappt? Naja. Also, leicht. Fahr da auf, um zu wenden und so ne Sachen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, die wollen wirklich nur wenden? Können sie haben. Hier. Jetzt könnt ihr wenden. Die, die wollen. Die wollen wirklich nur, die wollen wieder auf die Autobahn. Deswegen. Die haben doch gelitten, haben die doch. So. Dann wollen wir mal hier wieder aufhalten. Langsam geht es ja, glaube ich, mit der, äh, Zahl. Naja, ich seh schon. Wie ist die? Gut. Es wird. Gehen wir dem allen ne Chance. Es ist, es sind 18 Arbeiter. Es wird. Es wird. So. So. So, sind wir noch happy. Wir werden zwar schon wieder weniger Menschen, aber hier waren 54.000. Es wächst doch im Endeffekt. Es wächst doch. So, der Stau löst sich tatsächlich leicht auf. Aber die fahren nur da lang, um da wieder aufzufahren. Was soll das? Die können doch hier gleich runter. Warum erst da durch? In den Kreisverkehr? Dahin? Da hinten oben hoch? Ach, dahin, dahin, dahin. Um dann den Ver... Verstehen, verkenne ich? Hier ist doch die Abfahrt dafür. Dahin, dahin. Wir waren also nur dahin. Hier hat sich der Verkehr gelegt. Oder selbst nicht. Wenn die also... Hier hinten hin wollen. Komm mal auf, komm mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Ne, das ist zu eng. Ach, doch keine Ausfahrt. Pass mal auf, komm mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf, komm mal auf. Pass mal auf. So wird's was. So, da haben wir wieder Strom hier oben. Jungs. Mädels. Ach, jetzt macht doch schon wieder viel mehr Spaß. Die letzten Runden, ich muss mich da, entschuldigen, pardon. Es ist doch schon gleich viel angenehmer hier. Ich verstehe nicht, ich habe so viel Feuerwachen. Die kommen aber echt einfach nicht rechtzeitig durch. So, was sagt da der Verkehr? Der ist geblieben, wie er ist. Die Leute sind krank. Der hat nur Müllberge, die Feuerwehr waren. Der hat nur Müllberge. Der hat auch gleich keine Müllberge, weil die nicht angeschlossen war. Sektdrecke. Müll, wir verbrennen ordentlich Müll. Möchte ich aber mehr verbrennen. Selbst das wird dir noch versorgt von denen, ey, das ist so geil. So. So, wird auch noch langsam aufgewertet. So viel Unis, vor allem da hinten. Das ist... ...so übertrieben. Dann einfach mal verschieben. Noch da unten. Hier ist nach dem übelsten Bauschwung los. Ja, lol. Gleich Stufe 4. Wir in der Uni. So. Ach, es läuft. Es könnte besser sein, das wissen wir alle. Es wird, es wird. Es wächst. Es ist irgendwie... Ach, es ist so ein Kuddelmudel noch. Ich möchte meistens eine Straße durch. Oh, hier ist ja schon eine Straße. Ach, hier unten. Was ist das? Was sagt er endlich? 55 Prozent. Ey, der verarscht mich doch. Och, wir bauen dem mal eine Deponie gegenüber. Wenn der mich jetzt verkackt. Verkack eiert, ne? Jetzt fahren sie alle los. Was soll denn das? Ah. Naja. So. Oh, wir sind krank. Aber wieso? Ist alles da? Ist alles da? Genau, Bildung wollte ich nochmal gucken. Ja, die Uni deckt alles ab. Das ist doch... Nicht so viele Bildung. Ah. Weg. Ja, meine Lösung geht tatsächlich. Das gefällt mir so ein bisschen. Hier habe ich ja noch ein Problem. Ja, wenn das scheiß Gebäude eigentlich mal leer gehen würde. Ich kriege einen Krampf im Penis. Das ist... Das ist nervig. Was soll pumpen? Na, das reicht alles noch. Zufrieden sind sie nicht. Ja, klar. Genau dazwischen baue ich auch. Verarbeitet, verstorben. Ah, das klingt auch hart. Es sind aber echt ein bisschen wenig Fahrzeuge unterwegs, finde ich. So, hier machen wir unser Totenlager. Manche anderen mag lachen oder übertrieben reden. Übertrieben, übertrieben, übertrieben reden. Aber es ist ein Lager. Dafür auch richtig gedacht. Und die werden jetzt alle auf. Oh, Superstore. Der Laden für alles. Ja, mit Helikopterlandeplatz. Geht. Kann man mal machen. So. Was sagt er hier oben? Oh, er meckert schon weniger bei den Arbeiten. Seht ihr es? So. Nicht glügend, Arbeiter. Wirklich einfach zu wenig? Das kann ich mir echt vorstellen. Das ist... Das ist auch so schade drum. Ach, die haben ihre Toten, Alter. Das ist richtig schlimm mit denen. Ich müsste mal die Besteuerung anheben. Was meinte er? Steuern. Ja. Hier. Schauen wir uns gleich mal die Einnahmen an. Wenn dann einer merkt, oh, da ist kein was am Friedhof. Das ist doof. Machen wir mal gleich einen Verbund fertig. Dann können wir auch wunderschön noch ein paar Menschen hintackeln. Und kein Strom. Ja, das kommt gleich. Kleinen Moment. Und da passt noch ein Gebäude hin. Das ist so deutsch. Ah, passt noch was. Da passt noch was. Taggern wir zu. So wie hier. Einfach noch ein paar Gebäude hin. So. Ach so, ein kleines Nadelöhr hier. Flößt sich auf, aber falls ich... Hä? Was ist denn das mit Simulationen hier? Bergbau, die Umwelt verschandeln? Ja, tut mir leid, aber... Pfff. Es verschandelt den Ding. So einen Bergbau brauchen wir nicht. Ja, wer baut dann das Eisen, Stahl, alles ab, Kohle, für... Ne? Da ist eigentlich wieder kein Schwein dran. Willkommen in der heutigen Welt. Wurscht eingezogen. Können sie auch eigentlich bald mal Gas geben, oder? So. Also wenn sie jetzt nicht happy sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, manche werten sich hier schon auf. Das ist super. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Jugendliche. Wasser, Hamza. Strom produzieren wir hier noch bei weitem. Habe ich hier noch ein Werk? Habe ich noch, habe ich noch? Nee. Ich meine, Kernkraftwerk produziert wie viel? 640. Wie groß ist es? Würde hier hinpassen, abseits. 200.000, ich meine. Sorry. Dieses Kraftwerk verschmutzt den Boden nicht, erzeugt aber Lärm. Hoher Wasserverbrauch. Alter, das ist kein Wasserverbrauch. Das ist krank. Die LKWs. 51 Passagiere. Oh, das ist doch eine Zahl. Aber dass hier ein Dauerstau ist, ist auch nicht Sinn der Sache. Das ist scheiße geregelt hier unten. Oh, da könnt ihr da langfahren. Das löst sich dann wenigstens ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hoffe ich. Und dass die dann nämlich vorbeidüsen. Genau, super. Ja, schon besser. Ja. Ich weiß nicht, was sich da drin angestaut hat. Das ist ein bisschen flüssiger. Muss man ja, muss man nur dazu lassen und auch sagen. Ich empfehle eine Arme. Der Kreisverkehr, wie geil ist das denn? So ein süßes Rondell. Weil, was bald voll ist. So. Hier. Bacalum. Weg. Es sind viel weniger Arbeiter und krank und alles. Boah. Ich will echt Strom. Wir sollen doch einfach mal bauen hier unten. Da kann auch Gewerbe hin. Ey, wenn die da wirklich bauen. Das ist Katastrophe. Ach, egal. Hier fehlt Wasser. Wieso? Was ist denn das? Huch. Kaufen Sie neues Land. Ja. Später. So umdümpelt das vor sich hin. Kein schönes Gebiet. Kein Stau. Aber. So viele Kranke. Ich meine, die Krankenwagen haben immer was zu tun, oder? Krankenwagenverwendung. Einer von 33. Nur. Ich kann da jetzt nichts anderes bauen. Forstwirtschaft, dann sind wieder keine Arbeiter, weil sie so ungebildet brauchen. Aber sie sind alle zugebildet, meine Leute, meine Freunde, mein Volk. Und so ein Müllchen daher hier. Ja. Soll ich mir die von ihm. Hä? Na nö, der war nicht richtig dran. So, ab jetzt. Gut, wir schauen uns einfach mal nix drüber nochmal an und um, was hier so los ist. Ach, wir sind wieder drin in der Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen.